Ehrlich gesagt ist mir ganz schön schlecht von der Ente. Wow. Echo. Ja, wer geht wohin? Ich werde A gehen. Hier auch Palace. Ich gehe hier zum Collector. Wo geht denn gerade der fünfter Mann hin? Weiß ich nicht. Hier ist Sniper. Der geht auch Richtung A. Hier hast du nicht Kontakt. Die kommen alle. Oh mein Gott. A-Rush? Lacka. A-Rush. Die sind fast auf A. Die sind auf A durch. Oh, ich war am Nachladen. Ja, wir kommen von hinten hin. Alles gut. Oh Gott. Alles gut, sehe ich. Ja, ich habe zwei geholt. Oh scheiße, wie schlecht war das denn? Noch eine Echo. Oh, die holt einmal 3-0. Oh, das ist mir gut. Ja, das ist eine T-Map. Oh. Was? Seit wann das denn? Einer hat schon das Spiel verlassen. Vielleicht? Äh? Noch wieder, aber das wäre echt ein unschöner Sieg, so. So gewinnt. Wenn er wieder... Wie hat sich denn da die Duel bei Rattas gekauft? Gelb. Gelb. Olratz. Nee, orange hat die, orange hat die. Wieder... Wieder Palace. Die sind hinten, glaube ich, raus. Richtung, äh, Catwalk. Oder nicht? Nee, da ist... Nee, da ist... Da ist eure Zier. Weg, weg. Ja, sorry. Wir sind... Oh, warum lade ich denn da nach? Im Durchlaufen, ich Idiot. Da war richtig doof. Rechts an der Ecke stand da eben. Warum gehen wir wieder offensiv? Jetzt mal so als Frage. Aber das stimmt doch nicht. Also, wir sind auch gleichzeitig rumgezogen. Das war nicht cool. Nee, sind wir nicht. Ich bin nach der rumgezogen, als du gerade zurück wolltest. Äh, kaufen. Ja, weißt du. Ja, komm. Oh, ich bin auf 0. Okay, dann hast du eindeutig zu viel gekauft. Ich habe nur Ausrüstung und eine M4A4. Okay, dann hast du vorher schon viel ausgegeben gehabt. Nee, gar nichts. Okay, dann machen wir es. Defensiv. Ja, einer im Palace. Ich habe doch defensiv. Ich habe ihn gepickt. Ja, ja. Da kam eine Flash im Palace rein. Guck mal vom Kickball von. Ja, ja. Ich habe links im Link. Noch eine Flash im Palace. Oh, ein Teamkill bei denen. Sehr schön. Wer ist blau? Gute. Okay. Ja. Ja, du steppst hier wie wild. Auf jeden Fall nur mal lauter machen. Bleib defensiv. Geh jetzt nicht da raus. Hat jemand Tunnel im Blick? Ja. Ja. Bleib defensiv. Tunnel ist einer. Tunnel ist einer. Und einer auch. Eurats. Tunnel ist einer. Bei einer auch Palace raus, ne? Hast du gesehen? Das war ja. Christoph, bleib mal hier. Ja. T-Seite vom Tunnel. Gott, war das schlecht von mir. Wow. Also, wenn mich jemand in den Kommentaren flamen möchte, dafür gerne. Was mache ich? Ja. Ich verfasse meine Ausschulter. Da. Im Tunnel. Er werde dich nicht holen. Nein. Wartet. 4, 3, 2, 1 und unsere Runde. Warum musste ich da noch hingehen und sterben, ey? Hast du gesagt, äh, geht mir nicht hin? Ja, ich weiß. So, ah, Kit kaufen. Da sagst du überhaupt was. Was? Da sagst du was. Oh, jetzt habe ich auch ganz schön viel Geld ausgegeben. Äh, was? Das ist eine Decoy da drin, oder? Ich weiß, ja. Achso. Ja. Ja. Wo sind die? Oh, einer leckt richtig hart. Ja, einer im Palace. Ich gucke wieder vom Tap-Tap. Tap-Tap. Wow. Was? Oh, wow. Eine Flash? Wow, jetzt hätte ich fast auf Allrads geschossen. Bitte. Ich habe eine Flash. Nee, ich habe eine Flash. Ja, ich hätte auch. Wieso sind wir jetzt hier zu dritt? Ah. So, und zurückziehen. Und zurückziehen. Hat jemand Tunnel im Blick? Ja. Ja. Im Palace, im Palace. Oh, die hast du total verrissen. Die war auf dieser Seite der Kiste. Hab ihn. Hat noch immer jemand Tunnel? Wieso kommt jetzt alle Cutters? Ja, das freue ich mich auch. Deshalb freue ich mich, ob jemand Tunnel hat. Ich habe Tunnel. Bleib da. Gut. Bleib Treppen. Letzte. Hast du rechts, dann habe ich links. Okay, ich habe links im Blick. Ich habe rechts. Gut. Sobald den jemand sieht, sagt an, ne? Ja. Ich bin ja nichts. Ich habe auch eine Flash. Ja, die auch noch, aber die will ich jetzt nicht verschmeißen dafür extra. Ich glaube nicht, dass er noch kommt. Oh, der ist hinter der Kiste. Ja, ja. Hey, warum war das dein Kill? Der war links hinter der Kiste schon. Ach, krass. Ja, ja. Dann war er aber ganz schön lange da. Ja. Hat er lange ausgeharrt. Hm. Taktik geht im Moment sehr gut aus. 2-2. Frosch im Hals. Ich trinke erst mal einen Schluck. Obuh. Während der Aufnahme. Ja, hat es jemand gehört? Ja, ich. Wahnsinnig geschnitten. Dann schneide ich das nachher raus. Oh, Flash. Was ist denn aus dem Tunnel? Scheiße. Oh, Palace. Einer könnte durch sein auf Connector. Oh, Connector raus. Connector raus. Tunnel. Ja, ja. Fuck. Point Flashbank. Ah, da habe ich mir nicht mit gerechnet. Unten im Tunnel. What? Was? Wer? Wir können kaufen, ne? Haben alle, ne? Ja. Es waren zu langsam, ne? Äh. Ja, wenn du als T richtig durchrushed und einigermaßen vernünftige Positionen hast, an denen du stehst, dann bist du schneller da, als wenn du halt außenrum läufst. Oh, Alter. Palace ist clear. Sieht soweit clear aus. Tunnel. 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 Alle? Wie viele? Wissen wir nicht. Sehe ich nicht. Also einen habe ich nur gesehen. Sind die... Das ist hierbleiben, Christopher. ja ich verschieben ja okay wenn der dritte mann dahin geht und näher fünfte ein bisschen nach vorne kannst du noch ein bisschen weiter gehen dann steht zu offen dann gehen wir sind nach vorne denke ich rechts ja dann gehe ich so dann gucke ich richtung treppe von das der letzte links links ja ich habe links ich weiß nicht ob wieder einer hinter der kiste links war einer der kommt nach rechts links rein habe hat einer von euch treppen im blick unser unser mail ist durchgepusht auf t rampe habe ich muss treppen eure zertreppen oder oder hast du auf sich unten die treppen gut nicht dass sie uns hier rücken fallen und nicht wirklich aber nicht unser der traf mach keinen blödsinn da das sehe ich alles wenn du wegen sowas stirbst dann komme ich persönlich bei dir vorbei reiß dir den kopf ab und das wieder reconnectet der eine war das eigentlich der das war nicht der der noch gelebt hat gut ja du hast zwischendurch die waffe drinnen gehabt und mich dadurch leicht geblockt ja geht nicht zu offensiv weiter wie der sich vor mich stellt nein doch bewegt sich was der schießt ja der schießt da rein der ist im vorbeilaufen hat er reingeschossen wo ist er hingelaufen nach links weg von uns aus vorsichtig schmeißen herr e ok tunnel steht noch was treppen treppen ist einer rein habt den der hochgekommen ist treppen da ist aber noch einer da kann ich noch eine smoke hoch ich habe die ok ja wenn die treppen kommen dann verschiebe ich nach treppen mensch ich habe jetzt rechts im blick hast du die treppen du hast die treppen ok ich habe jetzt treppen rein zieh dich zurück hat er die abp ja dann lass dich nicht picken wo bist du von wo war der palace ist jetzt offen da er kommt jetzt in palace rein aber der hat nur noch zwei sekunden zieh dich zurück zieh dich zurück will jemand eine awp haben nämlich sonst ja du kannst dir auch gut das geben ich hab noch was ja nee da gibt ihm eurats wenn er auf die schießt ne eurats hat ja schon eine oder ne das ist die wundern achso ok ja dann da nimm ja dann gib ihm die vorsichtig ich schmeiß da wieder eine blinkranade rein ja mach das ruhig immer zu beginnen das ist sehr gut oh ja aber jetzt noch der andere die rachen die rachen was tunnel oh gott die sind schon ct rampe boah ich hatte noch das messer drinnen weil ich nicht damit gerechnet habe dass ich so weit durch sind ct rampe ist einer hoch hinter den kisten die haben die stanz der hat eine schrotflinte einer ist ein connector connector ist raus connector ist raus vorsicht ja das ist minuscube ich hab ne eko oder eurats kann mir etwas kaufen ne force buy sorry kann dir was kaufen ja ja auch wenn der m4 1s kann dir legen oder hat eurats macht ich habe übrigens nur eine waffe gekauft mal gucken ob das so geschickt war muss ich nicht schmeißen im plan ja gott ey ich hab aber auch irgendwie so gut geschossen gerade tunnel steht einer mit einer a rachen die oder steht einer nee die rachen palace ist auch palace ist auch einer gefallen von uns palace ist durch einer und die bombe auch ach ach ihr wart schon tot echo wir haben alle kein geld ich nein nur warte warte kauf trotzdem nichts bitte ist nur ein bisschen sinnfrei ne nein es ist nicht es ist also fünf der mann hält sich ja auch nicht da dran ja aber es bringt es bringt es bringt aber nichts wenn ihr jetzt halb kauft und nächste runde kaufen wir halb dann lieber eine runde alle nicht kaufen und die runde drauf dann alle kaufen und das spüre ich ja oft bitte haben wir ja irgendwie mehrere wo unten was kaufen nee das ist auch nicht so palace str- unten links palace schon auch nicht was drin palace kommt raus auch richtung catwalk oh man auf den catwalk drücke töt ihn töt ihn lade nach boah alter die ganze hier ist so beschissen oh ey getroffen habe ich ihn so und jetzt können wir nämlich alle wieder kaufen so und jetzt können wir nämlich alle wieder kaufen hier und am tunnel steht einer oh treppen treppen treppe ist schon oben treppe ist auch schon einer oben boah treppe steht jetzt auf dem sniper spot nice ja what übrigens könntest du das nächste mal bitte wenn irgendwas funktioniert nicht so eine ansage machen wie läuft mit der taktik weil seitdem haben wir glaube ich keine runde mehr geholt doch da stand es 2 zu 2 ah ok wir haben unsere rundenanzahl verdoppelt junge oh ey ich geh auch richtig ab mit meinen vier punkten und wenn du beim nach vorne laufen auf die granate wechselst bitte nicht über mausrad sondern über tasten weil sonst blockst du kurz weil du kurz einmal langsamer bist wenn du die waffe in der hand hast ok tunnel kann man hoch treppen oben ist was die sind alle die sind alle tunnel und treppen nach oben hab ich einen einer ist im palace oh gott tunnel und catwalk ist einer geht rein im palace habe ich aber der snipet aus dem tunnel jaja der war unten im tunnel die bombe die bombe war noch nie die bombe war auf catwalk das ist der letzte ich sehe ob ich den von hinten kriege ahne da kann er deinen kopf sehen wenn du zu weit vorne stehst ne counter terrorist win horatz ich hab doch nur aug oh cool aber kannst du behalten wenn du willst ne kann mit der nicht wenn jemand will kann mir jemand gerne legen oder na ok ich kauf selber ist ok ich kauf selber bist du ja kann ich nächste runde sonst machen pass auf ich schmeiß jetzt ne grand granate und du gehst rein weil ich hab ne a weil ich geh nach hinten durch auf a ok alles klar ich habe übrigens gerade als es hieß alle sind im tunnel durch den smoke ein schuss go 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 da kam ne nate zurück danke die hast du mich voll reingeschickt hab 50 live im tunnel kam ne fresh rollo drauf raus einer zwei im tunnel der treppe kam ne fresh ja hab zwei mit einem schuss nice bombe down im palace bleib da rute ich hab treppen oben gerade ne ja guck da rein guck da rein ja äh ne ne der ist treppe bombe im palace bombe im palace treppe ist weg bombe liegt im palace verschieb mal in den palace rein komm jetzt von links von dir aus gesehen du hast du die bombe im blick bleib da bleib genau da genau da ne noch ein stück zurück dass du da nicht rum gucken kannst wenn lucas schießt dann ist da action drin und du genau und du guckst da wo du eben hingeguckt hast olratz deck in die richtung ab genau da dass da keiner rauskommt aus der seite dann habt ihr alles im blick denk mal der kommt nicht mehr ne ne denk ich auch nicht aber trotzdem gute nein ja siehste du hättest ihn killen können ahne rein jetzt was hättest du nicht so ein spielkram gemacht hättest du ihn vorher sauber gekillt ich wollte gucken ob hier noch waffen für die anderen liegen aber hast du recht ja hab ich recht was kommt denn der auch in genau dieser sekunde ne ich denk vorher alle drei minuten das ist so bescheuert ja weißt du was oder konntest du kaufen ich hab ich hab gekauft ach scheiße dann hätt ich ne rüstung dazu haben können ne warum bin ich eigentlich der der jede runde drauf gehen muss ich schmeiße wieder ok jetzt bin ich ein bisschen ne ne warte go ja da kam wieder die nate ja das ist klar oben ist was da kann ich nicht rein wenn die nate kommt ich bin schon wieder auf 61 live zwei im palace boah krass unten oh ja sorry jungs hier sind zwei im palace und und catbop ist einer durch ok habe ich im palace geht noch party ja wir waren da bei den kiss aber im tunnel ist noch was da habe ich waren bei den kiss treppe treppe fuck war da ey die sterben heute nicht wenn ich auf die schieß das ist echt guck hin für dich euer rat ja der war oben der war oben drinnen ach oben treppe war der kann sein dass er jetzt unten treppe ist ok und hinten ja da hast du ihn gesehen ne geh nicht hin sehr schön warte warte kannst du die flash da rüber über die mauer schmeißen weil wir auf die über die ecke vorsicht wenn er von hinten kommt jetzt ne dann glaube ich von hinten kann mir jemand bitte legen ja du musst alles kaufen ne hey du wirst doch so die letzte runde letzte runde ja dann kauf ich selber du willst was anderes ne ich kauf selber äh ich hab jetzt ja schon ok danke ähm christoph ich schmeiße dir wieder was rein kannst du auch ne autosnap oder so haben ne ne hab ich doch doch kannst du ja aber ne ne brauche ich nicht so du warst noch nicht da ne aber da kam diesmal die nade die habe ich diesmal abgewartet ok unten im tunnel steht was catwalk ist durch ist im palaz ist im palaz ja ich sehe nichts ich sehe nichts komm ein kill noch von einem zwölf glaube ich im palaz wir pushen den von hinten vielleicht zumindest ist oh gott ich war ja die schlechteste flash oder wo ist er im tunnel nice sehr schön jetzt haben wir 8 für 7 ziemlich sehr ausgeglichen meine fresse ziemlich sehr ausgeglichen ich bin sehr gespannt wie das jetzt lädt mit mit ich würde eher ct sagen finden wir jetzt raus tag 9b äh a rush ja ja er hat die bombe gelb all ruts du hoffentlich macht er mit hoffentlich macht er mit sieht gut aus b ich dachte a a ja ja weil ich hatte b geschrieben hast ja ich weiß ich habe mich verschwinden boah ich bin blind oh gott boah on spot einer war geflasht komm und planten jawohl jungs sehr gut sehr gut Arne geht zurück geht zurück guck da wieder hin guck da wieder hin wo du eben warst Arne ja ja laden laden nachladen keine steps machen bitte auf den spot hier die tür nein du bist der erste der die sieht einer im tunnel einer im tunnel boah einer an der tür einer connect us kommt jetzt raus wow schießt der gerade schlecht halt ihn auf halt ihn auf aber ja ja die runde holen wir das schafft er nicht mehr nice sauber mps kaufen ja noch mal ja kevlar helm auch ja ja mp kevlar helm dreht euch wenn ihr da an diesem durchgang vorbeigeht am besten irgendwie kurz weg weil da ich schmeiß da eine rauchgranate rein das ist gut ich schmeiß eine flash an zweiter stelle lauf ich ich lauf leider nur einen vierter ja und oh flash ist raus da kommen zwei wow sorry von hinten hab ihn sorry sorry ne gar nicht der andere hat die oh was doch echt nicht so gut sorry ich war voll geflasht egal die haben gewonnen ich war voll geflasht ich hab nicht gesehen dass ich äh dass ich die ich hab einfach nur nach vorne weiter gesprayt weil ich dachte da kommen ja die gegner das ist schon okay ja nochmal A oder die bombe einmal noch einmal noch ja danach vielleicht nochmal mal schauen ja mal ist ne blendgranate ich smoke hinter uns ab oh ja das ist auch gut also hier ja mach mach oh weiter da drin hinter uns hinter euch mal danke Arne oh planta 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 oh ja ich konnte nicht voran wie gerade wir werden saven egal bleibt defensiv schön bleibt defensiv mhm ach kommt schon mal ein bisschen nach vorne dass ihr weglaufen könnt ja gelb gelb das connector ist clear das connector ist clear ja mitte ist auch clear dann gehen wir über tunnels raus so bauen wir gucken wenn sie explodieren äh ich weiß nicht ob das nicht mal gefixt wurde los boah gut sehr schön so oh da steht bei uns T2 oh endlich was da ist so ja okay was jetzt ich würd fast sagen nochmal solange es funktioniert würde ich eigentlich auch ja smoke wieder hinter uns ab was ne flash ich kann durch den connector noch ne brand werfen ja mach ruhig nein ich schmeiß ne hae in den connector los weiter 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 und ja spot is clear wer hat die bombe grün wer hat die bombe grün grün arne komm go arne los muss muss wenn man die bombe hat schneller gehen bitte oh arne ist versteckt nein arne jetzt noch nicht doch auch oh ich dachte der wäre tot miss connector war auch einer kommt jetzt im tunnel ja down sehr schön los damit das unsere geheimwaffe wird weil jetzt schon sehen ist es doof die sehns ja nicht weißt du denn was meinst du wie viele leute den trick kennen na die die wieder nicht kennen arne flasht er jetzt mal rein ja jetzt 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 hast du geflasht nein du sollst da reinflaschen ja ich flash sehr schön los 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 euung lost da könnt ihr bleiben da könnt ihr schon bleiben ja bleibt hier bleibt hier da überlebt er schon sehr gut oder klingelt das kässchen was jetzt es funktioniert so gut ich bin diesmal mit der bombe ganz hinten ich auch wieder hin und nee ich smoke nach hinten ab geht ihr durch weil ihr seid alle vor mir grün kannst du eine flash schmeißen direkt da jetzt rein in den tunnel gut weiter achtung lauf 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 wow die war richtig schlecht jetzt hat er abgebrochen sorry der ist connector einer auf jeden fall connector gefressen haben wie ich da jedes mal drauf gehen wasser denn so was weiß ich auch nicht der ist im connector tunnel palace ausgang der hat die flash geworfen die gerade den gang hoch vor die fresse aller leute so dass auch ja alle schön geflasht sind aus dem team ich war nicht geflasht ne du nicht aber alle anderen drei die da im gang waren ich war zweiter irgendwas anderes nein nochmal los komm ich weiß nicht ob du mit aufbauen und so eine gute chance hast also der rush funktioniert gerade echt gut wir haben da noch kein mittel gegen gefunden wir haben noch keine einzige ct runde abgegeben t runde ich blende wieder den gang weiterlaufen weiterlaufen vorsicht da ist einer genau hinter der tür wow der war neu da und planten planten wer hat die bombe orange ach das ist der andere vorsicht der reinkommen ist ein teammate oh gott arne guck bitte genau guck bitte palace rein palace ist einer der ist da hinten wo ihr euch hin zurückzieht sobald die bombe explodiert also vorsicht lauf diesmal richtung b lauft richtung b der andere ist gut und raus und richtung b brauchst du nicht gute da geschafft es nicht mehr geh raus geh raus sehr schön eine runde noch zwei ja würde ich sagen gönnen wir uns den spaß gleich nochmal ich weiß gar nicht ob ich überhaupt schon kill gemacht habe als team also ich spiele gerade relativ schlecht was die kills angeht aber es ist ja egal genau dafür spiele ich fürs team ähm und wenn ich wieder stehe ich bin auch der der ich ich flash braune ok dann schmeiß ich rauch nach hinten weitergehen nicht da stehen bleiben jungs kann ich rausflaschen nein 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 gute plänten gute plänten gute plänten du hast die bombe oh gott tür arne man geht zurück wieder def vorsicht und ziel in den laden zu jetzt hast du uns natürlich auch den weg raus versperrt ne aber sorry die war ein bisschen doof ich dachte geht rüber noch mal b b sah gerade frei aus als ich da geguckt ok kann natürlich sein dass sie sich versteckt versteckt haben oder so ne ist clear alles clear spielen die überhaupt noch mit das freut mich auch gerade they don't play nein die stehen da alle hinten in der ecke echt ja krass dann lasst jetzt mal äh waffen kaufen und da hinten in die ecke gehen nicht die bombe legen doch das können wir uns erlauben eine runde abzugeben das wäre sogar positiv weil dann kriegen die nächste runde weniger geld momentan kriegen die nämlich bonus weil sie jede runde verlieren rechts raus rechts raus rechts raus diesmal durch den smoke über die brücke rüber nach ct spawn geht jetzt rechts geht jetzt rechts 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 genau ich kann uns flashen flashe ein lass es ich bin so weit vorne dann kriege ich die flash ab danke hier eben alle ja danke für die flash ich hab gesagt lasst es du bist von rechts glücker ja flette hier diesmal flette auf b wo sind die hin keine ahnung aber flette auf b wie geil flette oh gott ich werde beschossen die sind alle hier ah in dem secret in dem secret ding echt connector kommen jetzt zwei kommen jetzt connector connector genau da ane zieh dich ein bisschen weiter zurück ja deswegen nämlich ja oh man oh mein gott der will nicht flash ab ich glaub auch ok machen wir wieder a rush und machen den sack zu oder der verkackte sfuse das wär natürlich der hammer ich glaub das hat er ne die haben nur mit uns gespielt und machen uns jetzt richtig fertig das ohne scheiß die standen vor allem jetzt auch alle auf b ne wieso hat da bitte auf a ne da standen welche in diesem secret ding drinne warum auch immer ich hab da kurz reingeguckt ich hab die nicht gesehen muss ich ganz ehrlich sagen wahrscheinlich da hinten drinne ja ah toll ok machen wir wieder ein a rush ja ok flash uns raus du flasht ok dann ich smoke nach hinten ich werf ne hae da rein ja die kann jeder werfen what boah rechts steht schon einer einer rechts on spot einer on spot genau das kann nicht sein auch ohne scheiß das verlieren wir ja du bist äh einer stand da sehr schön äh einer stand da noch rechts on spot ja den siehst du den siehst du du siehst ihn oh was das geht nicht nice tor 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 ja du bist der einzige der lebt von uns zusammen mit dem ne achso oh mein gott mach ihn mach ihn mach wie schießt er denn oh gott oh nein jawohl er hat ihn doch gekillt oh mein gott yes